Nein, nicht an snappen. Ach, was denn ich? Warum gehst du denn jetzt da unten? Hat ja keiner erwartet, hat ja keiner verlangt hier. Ah, ey, warum geht das? Da kann ich auf M oder N gedrückt? Hallo, äh Punkt oder Semikolon. So. Was du machen sollst, ist gerade hier lang ziehen. Ah, okay. Mit der Shift-Taste ändere ich auch die Höhe. Strange, das wusste ich zum Beispiel nur nicht. So. Wie wir dann hier rauskommen, müssen wir gleich sehen. Wir schaffen es nicht rüber, ne? Hier schaffen wir es nicht rüber. Das ist doch gar nicht so, ne, obwohl das noch zu niedrig, ja. Ich hab gesagt, ich will einmal nach Kiel. Ich hab wohl, da haben wir ja Kiel, da haben wir ja drinnen. Hey. Kiel, genau, den haben wir. Das heißt, es geht eigentlich gleich nach kleinen Jena. Das machen wir dann mit den oberen Strecken hier. Tja, Leute. Machen wir da mit. Hier kriegen wir das am besten. Auf die Reihe. Lieber gehen rechts weg. Das hat schon mal relativ gut funktioniert hier. Das sind drei Gleise. Hier haben wir eins, zwei Städte. Drei werden wir Tienchen noch mit rannehmen. Dann haben wir eins, zwei, drei Städte. Werden wir noch nach Schweinitz wollen. Tatsache vier. Also hoch müssen wir, glaube ich, gar nicht hinaus. Ich könnte natürlich, warte mal. Ah ne, der ICE, der fährt ja schon nach Amelow, ne? Der fährt ja über Berlin nach Amelow. Das hilft also nicht weiter. Wo wir dann direkt die Linie machen könnten. Das heißt, wir kommen mit dem. Hier raus. Fahren hier ran. Hier unten durch. Hier unten durch. Hier unten durch. Fahren dann im langen Bogen hier hinten rein nach Amelow. Da hat man eine Direktverbindung, die nicht über Berlin führt. Ob das jetzt Sinn macht, weiß ich nicht. Aber wir kriegen wieder ein bisschen mehr Verkehr da rein nach Bremen. Auf dem großen Bahnhof. Auf dem Dresdner Bahnhof, der in Bremen steht. Das machen wir mal. Und zwar. Wir legen uns hier an den Güterverkehr an. Wie gesagt. Wie gesagt. Fangen wir jetzt eigentlich den Güterbahnhof durch? Oder fahren wir dann vorbei? Wir fahren mal erstmal durch. Kann natürlich sein, dass wir später dann noch ändern müssen. Aber warum nicht auch mal durchfahren? Bleiben wir ja nicht stehen. Bleiben wir ja nicht. Halten wir ja nicht an. Fahren dann nur einfach dann vorbei. Also durch. Drückenförderkollision. Warum? Wo? Ach jetzt hör doch auf. Kannst du jemand anderes erzählen, aber nicht mir. Drückenförderkollision. Oh Gott. Ich werde. Ach Mann. Es ist. Können wir da wenigstens zwischenzeitlich. eine andere Brücke nehmen, ähm, unsichtbar. Ne, unsichtbare Brücke ist auch doof in dem Fall. So, bevor ich jetzt zu viel rum experimentiere mit den Brücken, möchte ich doch vorsichtshalber einmal kurz fischenspeichern. Nicht dass das gleich wieder abrasselt und wir können den ganzen Spaß von vorne anfangen. Das täte nämlich ziemlich penetrieren. So. Wir müssen tatsache eine andere Brücke bauen. Hier eine ohne Träger und müssen die gucken, dass wir die, ah, guck mal, auf einmal geht's wieder. 120. 120. Fachwerk. Ich sagte am Anfang der Aufnahme, dass ein paar neue Brücken, ein paar neue Mods dazu gekommen sind, auch ein paar neue Brücken. Aber hier steht der Brückenpfeiler auch mitten auf der... Das ist doof. Warte mal. Haben wir denn? Oh, jetzt ist natürlich Landschaftsbau. Es setzt so Scheibenkleister. Oberleitungen, R3, Häuser, Industrien, Baustelle, Gebäude, das ist der Kanal. Kleine Einmal, scharste, mittlere, ok, 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 1, 0, 2, Alt, Länge, aha, ok, ok. Ich habe mir einige Mods und auch die Karte von dem MrBosen runtergezogen. Ich denke meine meisten werden ihn kennen, wer ihn nicht kennt, sucht mal auf Youtube. Macht richtig guten Schilmbau, richtig geilen Schilmbau, gefällt mir tierisch. Schaue euch gerne, sympathisch. Abonniert ihn auf jeden Fall mal. So, wir brauchen... Wo sind die ganzen Brückenteile? Extra Assets? Nein. Entspanatur. Abonniert ihn sich um, sei le. okay... Mach es mit dem Fritz Wie funktioniert das Gericht? Baum, Trains, Tracker-Sets Stationen Was ist denn das? Ich nehme es mal weg Ein großes Ausrufezeichen, ok Da bitte Bank, ach soo Ich verstehe Schilder Signaltafeln, Residential Es sind auch nur wieder Gebäude Power ist klar Personen, Multiple Müll Kleingarten, Kfz Gleise, Gleise, Set Wann war denn hier? Nein Es soll irgendwo was mit den Brücken sein Verdammte Axt Nicht normal Ah, guck Ne Doch Also unter Gleises Set Wecken wir schon mal was Entschuldigung, ich weiß das ist für euch wahrscheinlich gerade ein bisschen langweilig zu schauen Aber ganz im Ernst Schnell ist das auch nicht raus Learning by doing Learning by doing Wir müssen da noch irgendwo ein paar mehr Brücken Assets sein Also Pfeiler und irgendwas Könnte ja nicht sein, dass es schon gewesen ist Wenn wir diese China Railway nehmen dann ähm Können wir da schon mal fast mit runter knallen Die da so zu passen Was haben wir denn hier? Straßenbau, Weg Okay Forestry Okay, okay, okay Brücken und Dammbau Na gucke mal Alles unter Gleises Set Brücken und Oh Alter Falter Brücken und Dammbau Mauerwerk Festungsbau Ja, so weit sind wir noch nicht Industriepark Alter Falter Das ist vielleicht auch nicht zu übertreiben sollen mit dem Mods Was ist denn jetzt noch unter Verschiedenes? Okay, okay, okay Okay Ähm Boom So, dann müssen wir gleich hin Und dann auf die Dinger hier Oder auf die Das gucken wir uns dann gleich Alter Was ist das denn? Schauen wir uns gleich an Zumindest nehmen wir jetzt erstmal die äh Unsichtbare China Weil weg wegen Brücke Inm brud Burke Da war sie Warum jetzt nicht ? Wen wolltest du denn noch? Achanch! Jetzt hör doch auf! Wen wolltest du denn noch? ein bisschen veralbert vor hier so du funktionierst wirst du darauf funktionieren quatschkopf ach weil da noch ein Stück schiene im weg ist so das war der erste streich nur gucken wie wir die dinger da drunter geknallt kriegen es ist auch noch einigermaßen anständig aussieht das ist aber nur die breite wie gehe ich das in der höhe hin das macht die sache jetzt nicht besser ne ok ich nehme dich warum gehst du da so weit runter du musst doch eigentlich wieso geht der da jetzt nicht kann ich den in der größe verstellen hier ist nur die breite so wir haben eine zweier breite quasi irgendwie sollst du jetzt da drunter das wäre träumchen krieg ich das ding mit m und n ach ne mit punkt ne m und n kriege ich es auch nicht noch oder runter weiß das nicht mehr wie kriege ich das jetzt höher wie kriege ich das länger das moped ist ja schön dass es vielleicht hier noch so passt aber warte mal passt es ja auch nicht was ist denn das was geht denn das denn mal da komm der muss doch wenigstens bis bis da drunter gehen oder muss ich die 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 gleise dann da drüber ziehen das macht viel sache auch nicht besser das würde ja schon mal so passen warte mal waren dafür vielleicht die anderen da zeige auf das geländer ne da macht das dieselbe höhe das geht hier auch runter macht auch dieselbe höhe das geht ich 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 Es ist nur die Breite, es hat damit nichts am Hut. Damit kommt es auch nicht höher. Schade, dachte es wäre jetzt so relativ einfach, dass es vielleicht automatisch unsnappt oder irgendwas. Schade, dachte es könnte es nur化. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!